Ich bin aus Berlin. Entschuldigung und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe, genau, ihr wundert euch über den Ort, wo ich gelandet bin. Hängt aber damit zusammen, ich bin im Twitch-Livestream letztes Mal sehr, sehr weit gefahren und von dort aus starten wir natürlich auch weiter. Wir sind quasi, ich sag jetzt mal, auf dem neuen DLC. Ich hab uns eine Fracht rausgesucht. Ja, und die holen wir uns jetzt mal, ne? Okay. So, wir haben aktuell, wir haben 7 Uhr 20. Es sind bereits 7 Grad auf meinem Balkon. Und das ist schon erstaunlich für den Januar. Das ist wirklich, Frühling ist das. So, um 8 Uhr beginnt meine Schulung. Das heißt, ich habe jetzt locker Zeit, noch ein Video aufzunehmen. Ich muss ja nicht mit der S-Bahn los. Das ist das Schöne. Ich habe wirklich Zeit bis auf den letzten Dröger und das ist, das ist mega. Da kann man dann den Tag mit einem, ich hätte fast gesagt, mit einem guten Video, nein, mit einem guten Kaffee starten und dann mal eine Runde einfach so drauf losspielen. Warum wird denn das jetzt nicht gelb? Ach so, das ist wieder doppelseitig gemoppelt hier. Okay, wir müssen unsere Fracht erstmal abholen. Ich hatte eigentlich was Schönes rausgesucht, aber hab dann gesehen, dass mein Bettchen knallerrot ist und ich erstmal eine Runde schlafen muss. Ich hab mal eine Konkertür auf, falls ihr die Flugzeuge hört. Dass ich gleich ein bisschen Fresh Air hier drin habe, ne? Ups! Ja, das gebe ich zu, die war rot. Aber ich, Herr Officer, ich konnte unmöglich noch bremsen. So, hier müssen wir Lingens. Lingens, genau, wir fahren Lingens. Und rechtens. Kaufst du durch Tüte Deutsch und lernst Buchstaben nochmal. So. Dann kann das gleich im Hintergrund rendern, dann kann ich das in der nächsten Pause den Upload anstarten. Das ist doch mega, Freunde. Ja, Homeoffice, ne? So komischen Wimpel da, ne? Achso! Ja, ich hab mir eine Frage, die uns so ein bisschen weiter in dieses DLC bringt. Das heißt, wir nehmen das hier und gucken mal, ob wir hier noch was Schöneres bei haben. Was Längeres oder so. Nö, das ist schon eigentlich. Weil das werden wir in dieser Folge jetzt unmöglich schaffen. Das ist völlig, völlig klar. Da hinten steht er. Guck mal, jetzt musste ich doch glatten Moment lang suchen, ne? NS Oil. Man kann sich jetzt drüber streiten, ne? Es würde wieder welche geben. Oh, NS! Das geht ja gar nicht. Und das gehört verboten. Ihr wisst, was ich meine. Ja, du solltest schon in die richtige Richtung lenken, damit du dann auch richtig fährst. Warum muss man mit dem Showtruck eigentlich hier irgendwelche... So, kurzer Blick auf den 409. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, haben wir dann ja noch. Gut, ne, sagen wir mal. Aber es gibt doch die. Mensch, der kennt dies und jenes Kennzeichen und hast du nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich bin dieser ewigen Diskussion leid. Ja, wir hatten diesen Österreich-Spacko, der hier und so weiter, ne? Ihr wisst. Aber meine Güte, das waren Vorfahren oder Vorvorfahren. Da müssen wir doch nicht mehr für gerade stehen. Sorry. Übrigens, gibt es jetzt ja wieder so schöne Fake-Nachrichten, die losgehen. Von wegen, Versailles-Vertrag wäre jetzt 100 Jahre alt und die 100 Jahre laufen aus und demnach wären wir wieder ein Kaiserreich und sowas. Ist natürlich absoluter Schwachsinn. Erstens mal, Friedensverträge haben kein Ablaufdatum, das zum einen. Und zum zweiten, ähm, ist dieser Versailles-Vertrag bereits 1937 vom, äh, Adolf-Platt gemacht worden. Das heißt, das Ding haben wir schon eben nicht mehr. So what? Also diese Faker, wenn sie recherchieren, dann sollten sie es richtig tun. Es gibt so viele Falschmeldungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine schöne Seite, Mimikima, ne, Mimikama.at ist das. Äh, die recherchieren solche Sachen. Gewinnspiele und so weiter und so fort. Was so alles bei Facebook gepostet wird, ne? Edeka verlost ein Wohnmobil. Das machen sie alle drei Wochen einmal. Wenn sie das tun würden, wären sie wahrscheinlich irgendwann pleite. Äh, Aldi verlost Küchenmaschinen und so weiter. Das sind, ganz ehrlich, es ist Fake. Wenn man sich, spätestens, wenn man das anklickt, vor allem du sollst das, was sehr häufig ist, genau, an jedem, der das hier teilt. Das heißt, du teilst das und du schreibst dann Danke oder Gewinn oder herzlichen Glückwunsch oder sowas. So ein Blödsinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, oder auch, oder auch diese Geschichten, wenn dich der Kontakt, äh, Matthias, ist im Moment gerade wieder über WhatsApp, wenn dich der Kontakt Matthias sowieso anschreibt, ähm, dann bitte nicht annehmen, der löscht deine Festplatte und so weiter. Zum einen Mal, ein Handy hat keine Festplatte, das ist die Geschichte. Zum Zweiten, wenn dich jemand anschreibt über WhatsApp und du sollst seinen Kontakt annehmen, dann siehst du erstmal nicht seinen Namen, du siehst nur seine Rufnummer. Das heißt, du kannst in dem Moment gar nicht feststellen, wer das ist. Also, bisschen nachdenken und aufhören, so eine, sorry, Scheiße zu teilen. das ist, ja, braucht kein Mensch. Nicht, aber da siehst du ganz, ganz deutlich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, man kriegt es ja hier NOR für Deutschland mit, oh, ich habe da was gekriegt, das ist schlimm und das muss ich so vorteilen, da wird nicht eine, eine Sekunde drüber nachgedacht. Ich müsste gerade durch, Kollege, und du? War es Unfall verursacht, mit wem denn? Das ist doch überhaupt keiner. Wem soll ich jetzt hier einen Unfall verursacht haben? Jetzt kommt einer von hinten. Ups! Zu weit gefahren, wa? Es kommt davon, wenn man nicht im Fahrerhaus bleibt, während der Fahrt. So, ich verlasse mich jetzt auf meinen Kollegen, der neben mir steht. Wenn ihr Zeit, Lust und Bock habt, schaut auch ruhig mal bei Twitch rein, dort mache ich schon ab und zu mal den ETS 2. Allerdings auch LS19. Aktuell nicht die Mühlenkreis Mittelland, sondern Gemeinderade. Ich finde die Map sehr knuffig. Das Problem sind da die Maschinen. Die, die du zugeteilt bekommst, sind zu klein. Wenn du dir die Großen kaufst, die sind sehr häufig zu groß. Also alles, meine Güte, alles nicht so ganz einfach. So. 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 Achso, hier ist ein Kreisel. Ach, du willst auch da raus, dann fahre ich dir dreifach hinterher, oder? Hm. Stammt das von diesem Mod, der Fehler, oder von welchem ist das? Grafikfehler. Unschön. Aber wir hatten das schon mal schlimmer. Definitiv. Da ist er wieder. Es müsste hier vom LKW stammen, oder? Irgend so eine blöde Schattierung. Alter, die lassen einen aber auch nicht rein, ne? Mein Lenkrad hängt irgendwo, äh, mein Lenkrad, mein Gaspedal hängt irgendwo fest. Ich muss da mal was machen. Ich bin ja mit meiner ganzen Rechenoperation hier etwas weiter nach links gerückt. Ups. Guck nach vorne. So, kurzer Blick. Ja. Elf Minuten haben wir durch. Ich würde mal sagen, wir steuern den nächsten Parkplatz an und dann war es das auch. Und man kann schon mal sagen, wenn es Spaß gemacht hat, Däumchen wären, Träumchen, Abo noch viel schöner. So, kostet euch gar nichts. Schaut auch gerne bei Twitch rein, gleicher Name wie hier. Ich glaube, ich habe den Link auch in der Videobeschreibung. Ich müsste jetzt lügen. Ihr könnt den Kanal auch unterstützen, wenn ihr wollt. Bis jetzt hat es noch keiner getan. Ne, würde mich freuen, definitiv. So, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Ich würde da erstmal die Balkontür wieder zumachen. Denn es wird frisch. Aber wenn man sich das überlegt, ne, wir haben, ganz ehrlich, wir haben gerade mal halb acht in der Früh. Und wir haben jetzt schon sieben Grad draußen. Im eigentlichen Winter. So, ich glaube, hier auf diesem Stückchen kriegen wir keinen Parkplatz mehr. Da hinten ist einer. Bis dahin fahren wir noch. Und dann sollte das... Ja, fahrt doch einfach weiter, Mann. Dann sollte das tatsächlich auch zeitlich einigermaßen passen. Ja, das haut hin. Das machen wir. Ja, ich denke mal so, zum Streamen ist Twitch unter Umständen tatsächlich die bessere Plattform. Muss man sagen. Du hast mehr Möglichkeiten, ähm, zu machen. Du kannst das auch grafisch. Habe ich jetzt noch nicht, weil es eben auch alles Geld kostet. Werde ich aber unter Umständen noch machen. Ähm, du hast natürlich Möglichkeiten, das alles ganz anders zu gestalten, ne, mit Pausen und Übergängen. Und das ist, ja... Die Videos werden dort eine Weile gespeichert. Du könntest die dann auch per YouTube, mit YouTube verknüpfen, aber... So, pass auf. Hier rechts raus. Und hier ist schon unser Parkplatz. Ja, mein Gott. Das ging ja jetzt schneller als gedacht. Ich hätte... Es sah eben so aus, als wenn wir noch Ewigkeiten fahren müssten. Was wir nicht tun müssen. Dann würde ich sagen... Wir stellen uns hier einfach an den... Aua, aua, aua! Das waren die Felgen. Hier einfach an den Rand. Genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und ich sage dann erstmal, ciao, ciao. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.